Vor allem an Weihnachten ist mir sehr wichtig, die Atmosphäre herüberzubringen, sei das mit Farben oder mit Kerzen, einfach diese Stimmung zu erleben. So, der Tisch ist deckt, jetzt müssen noch die Gäste kommen. Hey, hallo! Alles schön! Ciao, schön sind Sie da! Was geht zur Deko? Zur Vorspeise gibt es hausgemachte Bieren-Käs-Ravioli mit Nussbutter- und Baumnusskern. Zum Wohl zu haben! Ich fand es sehr gut. Und selbstgemachte Ravioli sind eh die besten. So, und jetzt kommt der Schwedenbraten für 40 Minuten in den Ofen. Für den Hauptgang muss ich jetzt mehrere Sachen vorbereiten. den Süsskartoffelstock fertig machen, das Öseli dazu und die glasierte Rüebeli. Ist gut! Vorsicht heiss! Wir haben einen Schwedenbraten, gefüllt mit Weisswein eingeleiteten Örpflaumen. Wo ist mein Wein? Mein Wein! Hey, zum Wohl! Guten Guten. Guten' Ganze. Ich esse nicht so viel Schweinefleisch und Soße, die Sauce aus dem Fleisch. Mit einem savoirhanigen Geschmacken mega fein. Ich bin schon etwas Soße! Da haben wir jetzt ein weisses Schokimousse mit einer selber gemachten Orangensauce und dazu habe ich noch ein Mantelkrokant gemacht. Ist gut, du sagst so nichts. Sehr gut. Ich habe schon ein paar Desserts von dir gehabt, sonst hast du dich gerade selber übergelaufen Patrick und dann knackt es noch so. Das war mein perfekter Weihnachtsdiener, danke vielmals, es hat mega Spass gemacht, ich trinke jetzt noch einen Gin Tonic und muss unbedingt schlafen. Ciao miteinander. Wer die meisten Likes holt, gewinnt ein Abendessen im Lux Restaurant und Bar für vier Personen im Wert von 480 Franken. Aber auch für die zweite und dritte Platzierte gibt es je einen Einkaufsgutsche im Lidl Schweiz im Wert von 300 und 150 Franken. Ich bin klar. Ich bin klar.